die im haus drin kai hier vorne beim kiosk weil die kleinen kiosk da rechts im haus da drin sind sie dem bisschen orange backstein mäßig was haben die für wappen hast du irgendwas gehört was großes großes shit der bus springt das scheiße wenn wir jetzt im bus in der herren dann holen die uns wer war das ich war's gucken die aus dem fenster nein die sind weitergelaufen ist die figure habe ich den scope mehr ich glaube der fährt die runde ständig immer wieder waren gerade schlüsse auf mich ne ich hab den zombie abgeknallt ach so gut war der zombie hinter mir ne der war direkt vor mir hier vorne äh kai wo sinds grob ja da die leute wie verfahren wir denn das ist das event gefällt mir jetzt schon nicht ich weiß ja nicht wenn jetzt wenn ich hier lang gehst ob die noch sitzen da ja die schießen dir den rücken definitiv wenn die dann im haus sind hat ein mega leck ich ja mich auch sniper aussie ist beigetreten sind atmen oder ja oh hoppala das war eine granade genau vor mir genau vor mir ich kann nicht ein bisschen ich kann nicht ein bisschen die waffe hier die kuppel star wars waffe ja gibt es auch wow wow ich höre das bloß ich höre das bloß sehen sie los ein dach oder war es ein granatwerfer oder die waffe tut sau weh ja genau vor dir wo da oben steht der bus oder was ist halt scheiße wenn wir jetzt hier raus rennen dann haben die uns die belagern ja schon die ganze zeit die safe sind der hat mich ja nicht mal vorbeikommen der ist ja gerade vorbeigefahren was willst du machen das in pvp knapp zu fressen kriegt die büchsen nerv das wird immer besser gerade oi was hieß denn hier das war eke das war ne vst ui war aber in unsere richtung jetzt ja genau vor dir wo sind die weitergelaufen hast du einer am bus hat der bus echt mit double s geschrieben ja borden mit d na gut ich höre das da ist einer mit einem schwarzen outfit rennt da rum mhm der muss aber gottmode anhaben weil ich hab den zweimal erwischt ein schwarzes atmen glaube ich ja aber hat mich geschossen bei den bahn schienen bei den bahnübergang ja genau vor mir oh oh hm vielleicht keine gute idee in essegrad zu starten mhm ich hab grad voll erschrocken nur knallig wir hatten am wenigsten loot von uns oh oh was denn wo merkt ihr denn da rum was bin ich du hong achso gut alter schalt doch mal auf k dass du die namen siehst der erschrickt bei jedem naja da ist rotes licht da ist rotes licht das ist qualm kein licht er macht mich fertig aber ich sehs ist aber weg ne da raucht einer vor mir rum ah ich seh da oben einen er kriegt da noch ein herzkasper wow treffer aber atmen gottmut das kacke eh ok sollt ihr den gottmut rausmachen wenn sie ein pvp-event machen ack bist du ran fünf schuss kann ich eigentlich verbraten treffer ja sehr gut auch auf den schwarzen ist er down mhm warte ne alle auf einen haufen ne der treffer ist er down kack ja sehr gut hat irgendjemand von uns in dir genommen ich hab den ja schon zweimal erledigt gehabt Achtung Achtung da ist er noch am bus sind zwei ja ne 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 ist er scheiße ich hab den mit der vss zweimal voll erwischt ne der kai hat den auch down geschossen den schwarzen mit schwarzen tarn niger ne ey bis jetzt wirklich tot ne ja ne 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 nimm mal kein sein zeug klar ich stelle jetzt mit dem schutzfeld rein okay da haben was haben die bitte für waffen die ja von hinten pushen bleibt da war ich alter ich bin jetzt gerade so wo bin ich heute bisher fast hier hier gehst du die bursche weiter gebe ich ein paar wandschlüsse ich auf mich kann schießen auf mich wir sind noch mehr irgendwo schießt noch einer oder warst du das gerade ich habe zwar zweimal geschossen ich habe abgelenkt war leiden pushen wird scheiße sind zwei leute dazu im bus aber jetzt kein long range ich müsste die umlaufen oben vom wald wäre halt geil wenn die dich nicht noch nicht ich wechsle in der position wo die tür offen ist inner und hinten am arsch wenn dann hat man dabei ist dann ist es ist das scheiße dann ist verloren ja du hast sie dann noch die position von jedem spieler der knalli ist auch schon wieder tut ich nehme die ganze zeit auf die haben auch die ganze zeit auf wir haben jetzt mal ein bier aufgemacht sehr gut so was macht man jetzt hast du hast nichts mehr ich habe es nicht ich renne jetzt weil ich ja blick mich hin und tut nüten wo die haben muss scheinbar gestoppt ja urmle absicht gewesen ich glaube er ist noch rechts bei die gebüsche drin da waren zwei leute in einem bus als ich drauf geschossen ok auf wem gehen die schüsse auf mich ja schon wieder versuchten zu von vorne mal zu kriegen aber die haben so viel kassiert aber mit das sind auch die treter westen die schlucken einen haufen mit munition die kann ja ganze treter nut so p deswegen mag die niemand ja dass sie noch am bus sind mag den panzer nehmen ja es ist kein gta und ich da in orgel ja ich sehe ein natürlich schwarzer klamotten an denkt die bitte ab es muss kein atmen sein aber ich glaube der eine kack hans jürgen ist ein ist gerade genau dort wieder gespawnt und das abend dann ja ok ich sehe es ja habe ein super lebt trotzdem noch er lebt jetzt ist er weg ja jetzt ist er tot ich habe ich bin tot was jetzt habe ich auch keine kohle mehr durch mir hier ich habe gar nichts mehr alter ich bin total kacki aber liegt doch beim kreuz noch ja ich weiß aber da werde ich wieder weg geholt wenn ich dort bin einfach war sie gerade im kras lang ach so näher dann hat sich erledigt dass er weg ich habe das hier brauche ich nicht äh shit du kommst hier nicht raus ich blute ach fuck der schwarze lebt wieder das hinten rechts ja das geht die ganze zeit schon so das ist ja das der busfahrer lebt bestimmt auch wieder ich muss mir vorstellen meine waffe ist weg ein pfeffer auf der straße leute willkommen zu unserer kleinen bus tor durch das event ist gescheitert und haben wir uns entschlossen mit der ganzen gruppe noch eine kleine bus tor machen wir uns noch etwas von der tanke Werkstatt mit Werkstatt ja guck mal der fahrer will mit äh nix aber wir nehmen ihn nicht mit weil er ist selber fahrer ha 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 oh Gott hat jemand überfahren das schön wie im serien getty park warst du schon mal im serien getty park habt ihr die verrückten dahinten gesehen die rennen uns hinterher das sind die zeugen jehovas meiner ja zeugen jehovas die müssen wir weg machen hey bitte keine randgruppen diskriminierung wir kaufen nix ist es normal dass die tür offen ist beim fahren ja ja das ist wegen ach so ich dachte wegen masken ich dachte wegen ich dachte wegen T-rex da frisst uns immer die ganzen sauerkirchen flotten oh ich habe angst bei dem bus fahrer ob die bremsordner funktionieren wo ist der repentinen oh schön die aussicht hier herrlich wo fahren wir hin ich habe nur für zwei tarifzonen gezahlt schau dir ich mal an wie relaxt der knallfall dahinten hockt ja ich glaube ich habe mit klein noch was zu trinken der bus der bus der bus hat jede bremsen der bus der bus der bus das gibt es nicht das gibt es nicht naja genau das gibt es nicht jetzt der bus hey knalli stell dich mal kurz hin nicht machen knalli du steigst da aus stell dich mal hin hier ist auch schön du 만들st der Juli dann ist der der Juli ich wäre ja für eine kleine raucherpause macht das aus ich knall dich ab oh hier pleck post eine hohenbluten jungs und zieht alle gleichzeitig ist viel cooler so schon so einen schönen dübel am morgen vertreibt so 321 meins ich hab'n joint das verstehe ich unter raucherpause meine finger ich glaube ich kann fliegen ich spüre es komm mal zurück ich spüre es jetzt dürfte ihn abschießen das reißt reißte die klamotten vom leib und lass dich abknallen wie ein scheiß werwolf der kai hat gar keinen rucksack knalli ist völlig tiefen entspannt dahinten der kai er der kai braucht eine jacke deswegen hat er einen zweiten rucksack ach so deswegen einer vorne einer hinten oh nein ja den hab ich erledigt also das hast du so geil gemacht du scheißhafen hast gar nichts erledigt ich war draußen mutig wie ich bin habe ich erst mal im bus eingerannt mutig wie ich bin habe ich im bus aufgepasst dass kein weiter jungs ach so ihr wolltet doch eine rauchpause machen wollen wir wirklich kurz eine richtige rauchpause machen oder was hast du gerade gesagt geht rein in den bus oder willst du mal meinen busch hören mutig wie ich bin